Was hast du das? Das ist der Anfang von der Industrialisierung. Sie machen wirklich alles nachher. Aber aus allem machen sie dann auch. Stell dir vor, dass wir hier maschinell haben. Ist das wirklich so oder ist das nur was wir gesehen haben dort? Das ist wirklich so. Keine Maschine? Nein. Das ist so. Die Landwirtschaft, wo wir zuerst sehen sind. Es gibt ja auch noch Yangon und es gibt auch noch die Landwirte. Ja, aber dann hast du auch ein paar Maschinen. Das ist noch ein Viehfutter mit dem Biali. Das ist schon jedes Gebiet für sich anders. Und auch die Tröscherei, die du gesehen hast. Ja, der Flug und so. Das ist wie bei uns am Anfang. Oder ist das gewesen? 1920, 1920 und 1910. Nein, nein, das war früher. Bei uns hat es auch angefangen. Dann haben sie die ersten Maschinen nicht bekommen. Dann hatten sie nur eine Schlegelkarte zu dröschen. Ja. Aber es ist nicht vorher einmal das Formulettet. Genau. Und Decke, weisst du? Ja, wann ist denn die industrielle Revolution? Ja. Da haben wir uns auch angefangen. Da sind wir nach 20 Jahren. Da waren wir aus dem Bindemeer gekommen. Da waren die Wom-Sie-Kässen und so weiter. Ja, da waren wir auch. Ja, da waren wir auch immer noch. Ja, wir haben ja auch etwas getrocknet. Wir haben ja auch etwas getrocknet. Bei uns hatte es alles. Wir haben bei uns einfach getrocknet. Wir haben noch etwas getrocknet. Was hat der Gewinner? Ja. Wir haben noch etwas getrocknet. Aber wen ist denn der Pfarrer überall hier in der Kanofflag? Wir haben hier eine Wildbänkelkarte. Genau. Ja, da sind natürlich... ... die Wildbänkelkarten. Genau. Ja, ja. Ja, das ist ein Witz. Ja, genau. Genau. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.